es allotätig kommt zurück zurück morgen braucht es ab der Karte damit Lennart und zählen und zu lernen er hat mich voll einsam denn nun dass ein Jahr um bei der Lüge er war voll scheiße ich weiß wo ich hab so Hunger aber ich weiß nicht was ich essen soll ja was zu essen 18 Uhr ich habe ein Video gesehen hat Mädchen Donuts selbst gemacht das war Babys Beauty Palace so wo geht's nicht da warum ist hier ein Huhn oh ich hab Donuts wollen wir Holz was ob wir Holz brauchen haben wir achso ne ich glaub nicht boah scheiße ich hab das Jo wir schaffen das ach mann Bob macht klar klar ist st abgleicher ja man kennt es in der Sonnachalke riecht das ist da nie dran gerochen am Bob, äh, Baumeister, ne ne, ein Kleister ach so oh mein, war das gerade mal Gieschen oder war das Erde? alter scheiß Müllabfuhr, sei doch mal leise, hört mal das aber ein bisschen hab ich jetzt schon wieder Erde platziert? ich hab schon wieder Erde platziert so lang geh, ich sterben alter scheiß Scrapboxen ach komm schon, warum geht das denn nicht? ja, muss ich das später machen du bist ja mit Leon in einem Team wahrscheinlich ja, wir machen aber nicht feste Teams, ne mit Leon, Tim und Tobias ja, wir machen aber keine festen Teams ja, aber zumindest mehrere Runden ja, ja da spielst du dann gegen mich, Daniel und Sebastian ach nö, ich weiß ich hoffe, da schaffen wir, da schaffen wir schon mal gucken, aber ich muss dich ja erst mal einspielen, das ist der ja hä, aber eigentlich sind die Teams doch voll unfair, oder? weiß ich nicht warte, ich muss mit Tim und Tobias spielen ja und Leon ok wenn die aufka rumstehen wird's richtig unfair, wenn nicht dann vielleicht ausgeglichen, wenn Tobias die ganze Zeit Helden nimmt aber wir machen Helden ja aus naja, Leute, wenn ihr dieses Video seht, sollte eigentlich schon weitere Videos zu Battlefront 2 kommen wenn nicht, würde es sie bald geben lass mal ein Let's Kino machen da gucken wir Kinofilme oder was? nö, wo wir über Kinofilme reden nö, wo wir über Kinofilme reden nö, wo wir über Star Wars reden nö, da gucken wir dann, da nehmen wir Kinofilme auf und gucken die dann nö, da gucken wir uns im Internet Kinofilme an und reden da drüber nö, aber ich denke, für Star Wars werde ich ins Kino gehen pfff, du hast, ähm, ja, weiß ich noch nicht weil der Film Star Wars heißt ich weiß es noch nicht echt nicht? ja, ich bin nicht für der Kinofilme, weißt du? ja, ich mag Kino auch nicht, aber was ist Star Wars? ja, ist mir klar angucken werden die ich mir auf jeden Fall, das ist klar aber nö ich war sogar bisher in jedem Hobbit ich war noch in gar keinem obwohl die alle schlecht waren ich hab sogar hier zuhause die Hobbit-DVD, obwohl ich da nicht mal einen Herr der Ringe teil du musst zumindest Hobbit gucken ich hab ihn einfach geschenkt bekommen, obwohl ich da nicht mal Herr der Ringe mag ja, guck der Hobbit an ich bin aber kein Hobbit und kein Herr der Ringe fährt ja, aber dann weißt du wenigstens bei Insider ja, ich weiß, Gollum, Gollumus ja, der Server leckt richtig bei mir nicht so, wo haben wir noch eine brennende Lampe? hier haben wir eine brennende Lampe warum brennst du, du Lampe? brennst, weil kaum schön so, dann essen wir erstmal was was kann ich jetzt raus tun? einen Melonenkern wenn man F3 drückt, steht da jetzt rechts am Rand ja die Grafikkarte und so, ne? äh, ja, ich weiß ja, ich weiß ja, ich weiß oh, ich weiß geht das? so nur dann sollen wir Weihnachtsgeschenke für die anderen machen aber das letzte Mal ja, stimmt das hätt ich jetzt ja auch gemacht, ne? ja ja ja, aber doch nicht jetzt doch ja, aber dann die kriegen ich meine soll es eher Weihnachtsgeschenke also soll es an Weihnachten die Zuschauer sein oder an Weihnachten für uns? weil es macht keinen Sinn jetzt aber es macht keinen Sinn jetzt Weihnachtsgeschenke zu verschenken doch nein die kriegen ja 3 Monate vor Weihnachten Julian, das für uns gibt das vorweihnachtliche Stimmung und für die Zuschauer Alter, 3 Monate vorher vorweihnachtliche Stimmung, alter ja, die beste Geschenkidee für die Julian für die Julian machen eine Truhe wo ein Apfel drin ist sonst nichts da steht da dran ihr wart nicht brav das ist doch so ihr wart nicht brav David hat sich voll aufgetötet ich hab auch David voll aufgetötet aber nur weil der mich immer tötet und Tim hat sich war unparteiisch deswegen kriegt der auch die Ärger du warst unparteiisch ja, man muss sich mal neuer Kanal unparteiisch Politik Kanal von von Ungespielt und Lee Floyd um Lee Floyd ja, weil er so kramt doch ja, weil er so kramt doch ja, so kramt doch ich sag nichts mit mir leert ich bin leert ich bin leert ich bin leert will ich nicht das stimmt aber ich hab grad so getan und hab nämlich nichts mehr gesagt die Leute der Dschungel brennt auch nein 3 jungen jungen er hat vorher nicht gebrannt ich war auch mal der Turm und ich gehe dann noch mal kurz hin so, dann gucken wir mal ob jetzt alle Lampen brennen hier ist noch ein Erdloch das ist nicht schön ich müsste die Stadt wirklich fast gefixt haben ist das nicht toll? ah ne warte ich muss noch das ganze Glas ersetzen hast du noch nicht? ne der Maia Tom sieht aus wie so ein riesiges Dildo what the fuck nein wirklich war wie ein Penis wirklich ich schwöre dir das ich sag dir wenn ich das irgendjemandem zeigen würde und nicht sagen würde was das sein soll würden die sein riesen Penis bist du behindert? lol Julian was? der ist wirklich angefackelt worden wieso hat er auf dem Maggiettum drauf? der brennt noch nein ich bin da am Dschungel bist der auf dem Maggiettum drauf? ich bin am ich bin am Dschungel ja warte ich geh grad hin jungen alter Bo alter alter was hat denn hier gebaut? ey was ist das? was 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 neben dem neben dem woodshaus da hat er gesagt dass er irgendwas bauen will aber ich weiß nicht mal was ach das ist die ah das ist die wildjahre ja alter alter Lennart nicht im ernst ich war das nicht wirklich nicht es soll sonst gewesen sein ich war ja letztens auf dem Maggiettum drauf und da war nix musst du es gewesen sein wann warst du da? der ist der Aufnahme direkt am Ende ja das brennt doch viel länger überleg doch mal da ja das hat ja nicht gebrannt da brennt es überhaupt ja aber da ist doch voll viel weg ja aber das war damals glaube ich schon nein ich war die ganze Zeit grad am Holzfarm damit ich Holzkohle machen kann für die Etage wirklich ja hab ich auch eben gemacht äh möchtest du mal gucken weil ich alles ne ich brauche noch ich brauche noch Erde für hast du Erde? ein bisschen? ähm nein aber ich hab einen Apfel oh dankeschön war ich nicht artig? doch deswegen kriegst du das so zwischendurch ja ich brauche noch Erde um beim Maggiettum äh nicht beim Maggiettum hier bei der Stadt das Glas wegzumachen weißt du? ich glaube ich mach jetzt einmal mal das Portal hier kaputt vielleicht geht es dann nein doch wenn ich das Portal hier kaputt mache vielleicht kommt man dann wieder richtig ausfassen auf hier zu schießen na ja auf ich möchte sich dabei stören weil ich das Portal behalten möchte nein das Portal ist doch jetzt schon kaputt desper soll alter lenard ok mein wird hafsvoll shiii hey ja julian julian Hälfte Teil der Art Prozent die in der Nähe wieder hinbauen ja kann ich ja okay ich bin nett Prozent Euro 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 die jungen 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 der kreuzer kreuzer wird das scheiß portal weg machen lassen das macht es gut das wird er dort sein hihihi das Verlust und leider zu so gesammelt ach komm schon alter fick dich das wäre du hast häufig schaden er lässt sich um das ist mir selbst ein gesprungen Boah, nein, auf das Scheiß, auf sie die Hand zu setzen! Oh mein Gott, nein! Scheiße! Boah, Lennart! Das hab ich dann hier abbauen, damit ich rauskomme. Junge, wie wir hier trödeln, wie es zum Leben ist. Kannst du mich in Ruhe lassen? Ey, warum wird's das lustig? Ja, weil ich das hier abbauen möchte! Normal wirst du jetzt voll aggressiv. Alter! Ja, lass mich! Du freust dich gerade voll! Geil, ich hab noch Obsidian! Fick dich! Nein! 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 Alter! Ulum! Nein! Das kann doch nicht sein! Lass mich! Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Oh, das kann doch nicht sein! Nein! Ey, jetzt hab ich das gerade aufgebaut! Ja! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ja! Nein! Ja! Oh mein Gott! Ah! Nein! Du hast den Fall geklaut! Nein! Du hast den Fall geklaut! Nein! Lass mich Ruhe! Lass mich Ruhe! Guck mal hier! Nein, das funktioniert nicht! Alter! Warte! Ey! Lass mich Ruhe! Will ich jetzt hier reparieren! Keiner? Doch! Anna, hier ist keiner! Alter, hoffe ich jetzt noch heute zu schlagen! Ich weiß genau, dass du es tun willst! Da hättest du ja jetzt Wasser reingeblendet, ne? Hättest du ja immer da! Hättest du ja immer da! Hilfe! Warte, hier fehlt auch einer! Ach schon, hier fehlt das Ganze! Ey, hör auf! Ich weiß ganz genau, dass du mich da reinschlagen willst! Hey, Julian! Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Wie kann das sein? Was? Das ist gute Laune! Nein! Weil letztes Mal hab ich die ganze Zeit ge... Ja! Alter, nein! Jetzt ist die Fackel kaputt! Du hast Wasser weggemacht! Kipp mir neulich ab! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was bei dir? Ja! Ich bin voll erschreckt! So! Ich würde sagen, es war's für eine Folge! Let's play Minecraft zusammen mit Lennart! Wenn es dir gefallen hat, lass doch immer eine... Lennart! Das ist doch ne Wurzwerdung da, wenn ich ein Negativ sagt, warum und... Tschüss! Ich versuch sie indem ich meine Glö�를 und bl guaranteed...